Schosch, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Hell Yeah, Draft of a Dead Rabbit. Wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich, äh... Bei epischer Fahrstuhlmusik, die einen total aufregt. DHL ist scheiße! Hinterfragt nicht, ähm... Ja, man könnte sagen, ich hab mich die, äh... Ich hab mich so die letzten Tage, ähm... Jetzt muss ich mal wieder in die Steuerung reinkommen... Ich hab versucht, mich die letzten Tage, ähm... Beziehungsweise gestern und heute... Oh, ich krieg das Geschenk nochmal. Cool, ich bin zu, Hälter. Yeah! Ähm, hab ich versucht, äh... DHL-Sachen zu klären. Sieht nämlich so aus. Ihr, ähm... Ich hab euch meine Adresse für Fanpost gegeben. Problem ist, ich hab Fanpost bekommen und es hieß... Äh, ja, äh... Wir können das nur per, äh... Ich muss das Spiel mal leiser machen, nochmal, sorry, ähm... Ich, ich red grad gegen laute Musikern, ich kann das nicht. So. Äh... Bah! So. Schon viel besser. Ähm, auf jeden Fall... Pfff... Stimmt, ganz vergessen, ich bin in Super... Vegas Land. Ähm... Ich glaub, ich war insgesamt bei dem Support... Von DHL... Ich glaub, 90 Minuten hat's gedauert. 90 Minuten ungefähr, bis ich, äh... Äh, nicht mal... Ne, Quatsch, nach 90 Minuten hatte ich nicht mal jemanden. Ach, du schon wieder. Stimmt ja, dich hatte ich an der Backe. Hätte ich nicht einfach... Ach, nee, du bist elektrisch. Ähm... Komm mal her. Okay. Ups. Nein, wenn schon denn. Ah! Okay, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ich verste... Ich komm damit noch nicht ganz klar. Ich weiß, dass ich da was... Alter. Ja, dass ich da was... Äh, was finden muss. Problem ist, gibt's da nicht ein... Gibt's da nicht irgendwas, was einem mal hilft? Na, ganz ehrlich, ich find die nicht. Sky ist jetzt in der Aufnahme. Ich bin schon wieder tot. So schwul. Bin ich in den Netz gelangen? Ach so. Immer noch bei dir. Oder? Ja. Nochmal. Okay, also diese Search and Destroy geht mir jetzt schon auf den Sack. Hä? Ja, ich hab dich schon gesehen, du. Search and Destroy. Da! Oh, geht doch. Was passiert? Bäh. Out of reach, dude. Out of reach. Out of reach. Oh, Gott. Gut. Wo geht hier noch Party? Ähm. Oh, den Hut behalten wir. Ich meine, ich wollte schon immer Mama Mafioso sein. Okay, da soll fett die Party gehen. Irgendwo. Irgendwo da. Äh, was bist denn du? Ekeliges. Was? Du schmeißt mit Hammern. Ach, du Kacke. Das mag ich loswerden. Äh. Das sind Instant Killers. Das mag ich ja gar nicht. Ich weiß nicht, wie... Der ist da unten. Was soll ich denn dagegen machen? Ich hab keine Granaten mehr. Was wissen Sie? Ist der Kerl jetzt? Ist der Kerl hinüber? Ja, der ist hinüber. Der ging mir auch mordmäßig auf den Keks. So, was mach ich gegen dich? Du Clown. So. Ich kann seine Hammer nicht angreifen. Wenn ich da runterfalle, bin ich tot. Das ist ein Schock. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Wir haben ja... Den, genau. So. Hahaha. Everything's working, alright. Fuck it. Okay. Wie werden wir dieses Problem da oben los? Ist hier ein Shop? Meins. Da oben war der Shop. Scheiße. Meing. Gut, okay. Hör mal nach oben. Mein, hör mal nach oben. Wee! Mein. Ich mein, diese Raketen sind leider keine Heatseekers. Also, die können nicht, äh... Ich kann mir die Shotgun nicht holen. Ach, fuck, ey. Supergrenades nachladen. Hm. 1500 für Supergrenades, oder? Nachladen, kein Problem. Das sind dann 1000 Dollar. Gib mir erst mal die hier. Und die hier lade ich nochmal nach. Nein, noch 500. Kenn mir mal dieses hier. Äh, füll deinen Blut auf. Supergrenades. Also, gut. Okay. Irgendwie funktioniert das nicht. Nö, das wäre ein Zufallstreffer. Oh, Gott. Der hat ja ein schlechtes Placement. Also. Ich kann in der Luft nicht... Doch. Warte. Hä? Nee, ich muss so. Das heißt, so... Oh, Gott. Wie soll ich den machen? Aha. Ach so. Nein! Okay, nee. Nee, den akzeptiere ich nicht. Das war unfair. Das war unfair. Kannst du doch nicht einfach da reinschmeißen? Na, wirst du schon meine Granaten wieder da? Das... Okay, gut. Ich habe nichts gesagt. Ha! So, noch mal. Was glaubt er eigentlich, wer er ist? Kanalarbeiter oder was? Hoppala. Gah! Das ist so schwer. Du musst eine Ficklion Knöpfe drücken, um den zu natzen. Das ist voll schwer. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Nein! Ich meine, ich kenne diesen Supersprint ja auch nicht. Ah! Nein! Hör doch mal auf, mich da reinzustoßen, du Cockbatzen! Also, die Gegner werden echt langsam nervig. Gut, wir wissen, Granaten bringen nichts. Die kommen da unten irgendwie nicht an. Fuck that! Alter, that damage! Wie es ein dumm Hammer nicht wäre. Yes! Hopp! Nein! Okay, irgendwie habe ich das überlebt. Fuck that! Oh. Honey, I'm home! Geht doch! Ganz geil, wie meine Frames dabei in den Keller gehen. Oh Gott, das sieht nicht lustig aus. Auf jeden Fall muss ich ganz wieder zurück. Und zwar ziemlich weit. Ich habe eh nicht genug Geld, super. Ach, ich habe eh nicht genug Geld. Super. Okay. Äh, wo muss ich jetzt... Achso. All the way back. All the way. Angepisste Soraka. Ähm... Ach! Du! Stimmt! Au! Oh ja, das brauche ich. Ist hier nicht irgendwo ein... Ja, super, da oben. Das war doch schnell, komm. Ähm... Ähm... Da gehen wir hin. Alles klar. Hä? Doch, was ist das denn? Du siehst aus wie... Alter, was bist du? Eine Mischung aus... Alter, du siehst... Ändert mich irgendwie an eine Mischung aus Twisted Fate und... Ich habe gar nicht drauf geachtet, was ich getan habe. What just happened? Das war ja mal merkwürdig. Bah! Es geht! Alter, du machst Schaden. Okay, der nervt. Aber so... Geht das eigentlich. Auch wenn meine Bullets kaum bei ihm ankommen in der Zeit. Ach, shit. Toll, da kam jetzt gar keine an, zum Beispiel. Äh, 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 äh. Okay, Leute, war das jetzt ernsthaft eine Anspielung auf hier Legend of Zelda? Das Spiel ist sich echt um nichts zu teuer. Ich merke das schon. Jetzt komme ich da oben weiter. Sehr gut. Was ist denn mit dem Kill da oben? Guck mal, ich wohne noch später hin. Hm. Was ist das hier? Das ist offen los, gibt Geld aus. Also wenn das Spiel das so ausdrücklich von mir verlangt. Super, ich hätte auch einfach hierhin zurückgehen können, die Genie. So. Yes! Ha, 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 ha. Ein Casino? Da fühl ich mich gleich wie zu Hause. Schließlich habe ich vier Hasenpfoten als Glücksbringer. Jesus Christ. Ich kann wirklich. Ich kann wirklich. Nee, wirklich. Ich kann hier ernsthaft Geld ausgeben. Und ich kann hier wirklich Geld gewinnen. Ich werde hier mal ein bisschen hängen, ne? Ich habe kein Problem damit, virtuelles Geld zu verzocken. Ach so, läuft das. Ich gucke mir das gerade mal so nebendran an, so. Wie das aufgebaut ist. Ist irgendwo interessant. Und was soll ich denn diese Hasen fressen? Ach so, die sind nur für da oben. Okay. Hä? Ach, zwei Kirschen. Okay, 50. Ja. Ich will wenigstens einen ordentlichen Gewinn. Einen ordentlichen. Ich bin nicht Glücksspielabhängig. Nein. Das Spiel verlangt es ja auch nicht von mir oder so. Nein. Kommt ihr drauf. Vor allem da oben steht sogar Hell yeah. Ich finde das geil. Zwei Kirschen wieder 50 drin. Wahrscheinlich habe ich am Ende wieder mehr verzockt, da es mir was bringt. Ach, es gibt Doppelbar. Wundertoll. Bar. Ja, bar. Yay, ne Kirsche. Ich fresse Gummibärchen. Hope you don't mind. Ich leg mir am besten hier vor ein paar hin. Dann ist das alles ein bisschen angenehmer. Das Schlimm ist, ich habe gesehen, es gibt ein Achievement dafür. Was brauchst du damit denn nachher für Glück? Oh Mann. Bis ich unter 700 bin. Deal? Deal. Das ist so cool irgendwo. Einer bin noch danach. Jetzt nicht mehr. Bar. Das ist echt geil gedacht irgendwo. Oh. Alter. So knapp. Hat man hier auch irgendwie... Ups. Ich wollte auch gar nicht weiter. Okay, gut, ich höre auf. So viel zu der Glücksbringer-Sache. Wo sind hier Gegner, die ich mobben kann? Wie jetzt? Es sind überall hier dieselben? Ja. Überall gleich aufgebaut. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Nam nam nam. Das ist so doof, ey. Huhu. Ich liebe dieses Spiel. Wer mich jetzt Glücksmehlabhängig nennt, oder so. Dem gebe ich eine. Oh, du Scheiß. Ich kann hier überall Geld ausgeben. Oh, hallo. Wow. 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 Oh, wow. Wow. Möööö. Ha ha ha. Mööö. Hör! Batman-Anspielung hat das Spiel auch Ja, nee, ist richtig, Game Ist richtig Okay, da komme ich nicht hoch, okay Boah, nee Nee Ash, der Ash, der reinste Wahnsinn Im Club wird mir das niemand glauben Ich bin Ash-Präsident, der Ash vor Ash Dein größter Fan-Club Wir sind alle total verrückt nach dir Und seitdem die schärfe Bude-Badebilder gesehen haben, sind wir sogar noch verrückter Ihr habt einen Fan-Ich habe einen Fan-Club Das ist ja wirklich Halt Was hast du gerade gesagt? Die Bilder von... Sind privat Zu spät, du hast mir die Augen geöffnet Ich habe all die Kleidung abgelegt Und fühle mich wie neu geboren Oh Gott, jetzt spiele ich die ganze Tastchen Poker Alter Junge, du bist so tot Ach kacke, Portal Okay, funktioniert aber nicht mit mir Interessant genug Das funktioniert nicht mit mir selber Hier Oh, Shitnagel Ja, ja Pfeifen mir schon wieder gerade die ganze Zeit Gummibärchen rein Ich weiß, es ist nicht so gut Aber es ist gut Wer hätte die bitte kommen sehen sollen? Ich weiß Ich Bah Hä? Wo ist die Vase? Hä? War ich die jetzt verkackt, oder was? Da ist die jetzt wieder Alles normal, super Hört diese Musik dazu, ey Da sind nur hier Portalgeräusche So Jetzt den hier Au Oh, ich steh schon wieder auf Fuck Na komm I'm going to kill you Oh, game, you serious? Na, weißt, start nämlich hier Wär ja noch schöner Oh, fuck, dad Komm schon Oh, fuck, dad Komm schon Oh, fuck, dad Komm schon Tschüss, direkt hier lang Mh, wütendes Gummibärchen essen Ich wäre beinah schon wieder drauf eingefallen Was sollen die da Was sollen die an der Stelle überhaupt Das ist ja total assig So So Oh, komm schon Wirklich? So penibel? Sollte es doch direkt durch Wieso Das Oh, dieser Vasenkack hier ist echt scheiße Fair enough Die Vase hat sich lieb, Schlampe Hab sie auch lieb Thank god Schon wieder so ein Oh my god Bitte Verblüff Äh, bitte Verblüffende Schaubertrick Suche Essen Warum zauberst du nicht einfach was zum Essen her? Verflucht Da ist was dran Jetzt komm ich mir aber blöd vor Nee, du bist blöd So schaut's Oh yeah, Ärsche Seven asses Wo ist der Spinner? Ach, da Irgendwo Ich seh ihn ja nicht, leider Oh fuck Wo starte ich jetzt? Wieso hier oben? Vorhin war da unten ein Speicherpunkt Nee, ich geh dafür jetzt nicht zurück Wieso muss ich da diesen Kack mit der Vaseney nochmal neu machen? Bah Äh Hier war doch vorhin ein Savepoint Wieso? Ja, komm So, Ärsche Ja, nö, da geh ich gar nicht drauf ein Jetzt gerade Ich mach die Quitsching Aha Aha Okay, da geht's weiter Sehr gut 32 Viecher genagelt Wunderbar Äh, Ärsche Seven asses Ist doch was gewesen Ich trau ja Ecken nicht, also Wisst ihr ja, ich trau Ecken allgemein nicht Seven asses Ich hab so viel Geld Okay, da oben geht's weiter Ich könnte jetzt echt noch weiter an diesen Dingern zocken Aber warum sollte ich Ich hab den Jackpot gezogen, Bitches Ich seh es kommen Ich hab den Part natürlich wahrscheinlich in zwei Teile gesplittet Und in dem Moment alle Äh, das ist so selten, dass man da was gewinnt Zwei Minuten später Ach, boah Seven asses Äh, ach ja, wo soll ich hin? Da oben Flup Damit hat's ja auch die Frage übrig, ob ich Game Grumps gucke Okay, geht gut Gut, 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 gut Boah, Aktion Okay, da kann ich durch Okay, hier hat jemand die Hölle angezündet Äh, ja, ne, den Himmel Aua Warst doch bestimmt, du da Ach, du Kacke Was war das denn? Sechs Tonnen Valencia Ach Gott Silber, okay Moment Da ist jemand Das Geld Ich brauch so viel Geld eigentlich gar nicht mehr Oh, hallo Äh, äh Ach so, boah Ich wusste gar nicht, was die von mir wollten Totschein ist Weltmeister Pfff, bäh Oh Gott, der Spiele Ich liebe es Badabababa Weil die Welten werden echt komplizierter Ich mag das So ein steigender Schwierigkeitsgrad Aber vernünftiger steigender Schwierigkeitsgrad So, in dem Areal sind wir auch schon durch Sieht zumindest so aus Komme ich hier irgendwo auch raus? Nur wo ich reingekommen bin Wump So Äh Da runter Dann darüber Es ist auch nicht so, dass das immer Komplexer wird Alles Nein, warum auch Ähm Warte mal Was ist, wenn ich noch weiter nach oben gehe? Ah, da komme ich noch nicht hin Aber es sieht schon interessant aus Was da auf mich vorhattet Irgendwie Ähm Seems legit Wo ist die Tür? Da Äh Aha Äh, aber wenn wir schon mal hier sind Können wir uns gleich nochmal voll eilen Ärsche Wie Moment Achso, du willst mich nach unten Okay, gut Äh Achso Oh Oh Achso Wegen dem Bodenstampf Ich hab das zuerst gar nicht gecheckt Oh Gott Ich liebe dieses Spiel Ich liebe es Da hab ich halt die Vase zerlegt Jetzt Ah Wegen der ganzen Geschwindigkeit Warte mal Hier unten ist ein Shop Oh, die Shotgun Ja, danke Und den Revo Oh, so gut Ähm Genau Das war ein Upgrade Boah So viel Shot aus dem Okay Das Ding ist so geil Rapp 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 So Wie ist die andere Wonach kommt die da So wie ich's erwartet hab Short Range Aber saugeil Aus dem Weg Alter, diese beiden Sachen sind so toll Fahm, ich war in die restlichen Spielzeuge gekommen So Extreme Zone Motocross Trick Contest Hey Nestor Keine aufwendigen Outfits mehr Was? Was du etwa wieder getrunken hast Absolut nicht, Sir Aber ich sah euch Oder Wen Der so aussah Nur älter Wenn mein zukünftiges Selbst hier rumläuft Hat es sonst sicher was zu sagen Los, gehen wir ihn suchen Gehen wir mich suchen Ich hab meine Waffen nicht mehr Ash 2.0 Was? Ich bin die Zukunft Ich hab das Spiel schon durch Ich weiß, dass du es den nächsten Sommer tun wirst Willkommen Zu den Missionen Zum Spielen musst du 50 Musst du so groß sein Und tot Juhu, das trifft auf mich zu Erklär mir, wie man spielt Und ich geb Und gib mir dein cooles Outfit Klar Oh mein Gott Jetzt gibt's auch noch Missionen Wie macht man das Spiel noch größer, als es ohnehin schon ist? Hallo Jungs Ich starte die Mission Ach du Kacke Ein Geschenk nach drei Missionen Mach Mach Tin Um die Welt Trick Oh Oh Okay, das ist Das ist heftiger Scheiß Warte mal LT Rechter Stick Ähm Warte mal Hä? Achso Ähm Okay Hä? LT Das ist doch Der hier Den verstehe ich nicht Moment Ich mach erstmal den anderen hier Ich muss den hier machen Scheiße RS Rechter Stick Der rechte Stick Der rechte Stick ist bei mir anders Das ist der linke, den ich hier gerade drücke Just saying Game Just saying Just saying RS Rechter Stick Rechts Ist damit, wo ich steuere Womit ich ziele Ist der linke Also müsste es doch LS heißen Fuck that then Das ist doch Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal